Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Es wird wieder Zeit für die Partyplanets, die vorletzte Folge heute Leute, denn es sind noch zwei Planeten über, die wir euch unbedingt vorstellen wollen, von den Knetschleinplaneten von Out of the Blue. Eine Altersfreigabe steht hier gar nicht, deswegen stützen wir uns direkt da drauf, weil ich glaube das ist ab fünf Jahren geeignet. Heute knöpfen wir uns mal den Neptun vor, ein blauer Planet, ein blauer Knetschleinplanet. Die Farbe sieht schon mal echt cool aus. Da bin ich mal echt gespannt, wie so ein Überraschungsteier, aber man weiß ja was drin ist. Und es sieht auch cool aus, der Neptun. Also es wird jedes Mal heftiger Leute. Fühlt sich ein bisschen an wie so eine Mischung aus intelligente Knete und Schleim. Die Farbe wieder super cool. Wie das Meer. Tiefseeblatt. Oh, wie cool. Wir haben so viel Farben hier. Das gefällt mir richtig. Noch ein bisschen Schleim. Schaut euch das mal an, wie cool er schimmert. Und wenn wir das hier auch ein bisschen dehnen, wie so intelligente Knete. Natürlich ist es nicht so dehnbar wie intelligente Knete, aber wir können es doch schon extrem heftig dehnen, Leute. Echt cool. Eine Neptunstraße. Die Neptunggalaxie ist das hier. Nein, ist ein Neptunplanet. Gefällt uns aber wirklich sehr. Wenn wir den mal zerreißen. Sieht ein bisschen aus wie Götterspeise oder Wackelpullig. Und hier drin auch so ein bisschen wie Slush-Eis. Der Neptunplanet. Was ist denn euer Favorit bisher? Also, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hatte mal einen Favoriten, aber ich kann mich mittlerweile nicht mehr entscheiden, Leute. Neptun. Und hier. Sehr cool. Wir haben diese Großpackung, die Partyplanets von Amazon. Gibt es aber auch einzeln. Die Nina hatte den Saturn-Schleim ja auch mal vorgestellt. Einzeln. Haben wir hier jetzt auch drin. Brauche ich euch natürlich nicht nochmal zeigen. Aber hier. Der Neptun-Schleim. Ist das intelligente Knete? Ist das Schleim? Ich weiß es nicht, Leute. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr so ein Ding mal zu Hause habt. Was ist es denn für euch? Ist es eher intelligente Knete? Oder ist es eher wirklich Knetschleim? Oder ist es vielleicht was Neues? Also, für mich ist es so eine Mischung aus Schleim und intelligente Knete. Weil Schleim so ist halt viel flüssiger. Das ist ein bisschen fester. Neptun. Ja. Partyplanets out of the blue. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Wir haben nur noch einen Planeten über. Und zwar den Mars. Nicht den Riegel. Sondern den Planeten. Den gibt es dann beim nächsten Mal, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.